Stuart, ich brauche Sie sofort in meinem Büro. Guten Morgen, Josh. Sagen Sie sie bitte, Mr. Lister. Das da ist Darren, er ist mein Privatwink. Das sind Sie in diesem Muskelbrotz und das ist Ihr Trainer. Sie tauschen mit Ihrem Trainer? Ich reise mir doch für ein Waschbrett, brauche ich nicht den Arsch auf. Kann er doch machen. Willkommen in einer Welt, in der Reisen durch das Austauschen des Bewusstseins möglich sind. Sie geben in zwei Stunden eine Pressekonferenz. Sie sitzen in San Francisco, wir sind in New York. Sie müssen eben tauschen. Ich vertausche keine Körper, wie Sie wissen. Sie haben gar keine Wahl. Wir wählen dann soweit, sind Sie bereit? Nicht wirklich. Angenehme Reise, Mr. Tom. Willkommen in San Francisco. Betrachten Sie Ihr neues Erscheinungsbild. Wo die Möglichkeiten unbegrenzt sind. Lassen Sie sich doch einfach mal gehen. Wer weiß, was der gerade mit Ihrem Körper macht. Aber die Wirklichkeit ist unvorstellbar. Anscheinend hat sich Ihr Gast mit Ihrem Körper abgesetzt. Was? In der Zwischenzeit stellen wir Ihnen einen Ersatz. Das sind Klonen. Wir nennen sie Jeffs. Genetisch entwickelte Faximiles. Nur halten diese Dinger nicht länger als ein paar Tage. Denken wir doch lieber positiv, ja? Jetzt ist sein Bewusstsein in einem Klon gefangen. Sie werden nicht glauben, was mir passiert ist. In seinem eigenen Körper steckt ein Wahnsinniger. Ein Druck auf diesen Knopf und die ganze Welt verändert sich. Er ist ein Wirtschaftsterrorist. Mein Körper wurde von einem Terroristen gestohlen? Wer sonst sollte Körper stehlen, Mr. Toffler? Und seine Zeit? Ich habe noch 47 Stunden zu leben. Läuft ab. Ich brauche deine Hilfe oder ich bin tot. Showtime. Primark Pictures lädt Sie ein, eine Zukunft kennenzulernen, die einem den Atem raubt. Verrücktes Duhl. Bewusstseinstransfer ist viel zu bedeutend, um von einem einzigen Unternehmen kontrolliert zu werden. Also können die machen, was sie wollen. Die wollen mich umbringen. Es ist alles so einfach. Seien Sie bereit. Es ist eine Bombe im Hotel. Los, los! Für die Ultimative. Du brichst dir deinen Arm, Toffler. Ich spüre nichts. Erfahrung in einem fremden Körper. Verrückt. Stewie. Stephen Baldwin, Kyle MacLachlan und Kim Corpus. Exchange. Was willst du tun, dich erschießen? Noch etwas? Ich spüre nichts.